Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es weiter und zwar gucken wir uns das erste Pattern an, das erste richtige Pattern. Bisher hatten wir uns die Architekturstile angeguckt in den letzten 20 Videos oder sowas. Und ja, dieses Mal geht es um das Model View Controller Pattern und das ist ein Pattern, das ich euch unbedingt als allererstes zeigen möchte, denn es ist eins der absolut wichtigsten überhaupt. Und zwar, wozu brauche ich dieses Pattern? Ich habe euch ja gesagt, Pattern sind dazu da, um gewisse Probleme zu lösen und in den Griff zu bekommen. In dem Fall haben wir das in Anführungsstrichen Problem, dass User Interfaces irgendwie geupdatet werden müssen. Sprich, das was der User tatsächlich zu Gesicht bekommt, muss ja davon abhängen, wie irgendwie auch meine Daten aussehen. Und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, das formalisiere ich doch mal in einem Pattern. So, das heißt, man macht am besten nicht einfach irgendwas, sondern man sollte sich gut überlegen, was genau man macht. Und tatsächlich, für das Model View Controller Pattern gibt es haufenweise Implementierungen tatsächlich schon. So ziemlich jede Desktop-Oberfläche oder alles, was ihr so an Anwendungen habt, was nicht unbedingt Konsolenanwendung ist, ist eigentlich irgendwie Model View Controller Pattern oder fast alles. Irgendwelche Apps auf dem Handy oder sowas, all die benutzen das Ding. Kurz übrigens MVC, deswegen, wenn ihr irgendwann mal googelt, könnt ihr auch mal nach MVC gucken, da findet ihr auch oftmals was. So, es besteht im Endeffekt aus drei Bestandteilen, nein, nicht vier, der User ist kein Bestandteil. Und zwar, die drei wichtigsten Bestandteile sind logischerweise Model, View und Controller. Und Achtung, entgegen aller Logik ist Model nicht das, was der User zu Gesicht bekommt. Das hat mir immer Schwierigkeiten gemacht, ich konnte es mir am Anfang nie merken. Model bezeichnet das Datenmodell, nicht das, was man tatsächlich dem User vorsetzt. Genau, was der User zu Gesicht bekommt, ist die sogenannte View hier drüben. Das Datenmodell, wie gesagt, das Model hier. Und der Controller bezeichnet das, was der User durch irgendwelche Eingaben verändert. Das heißt, wenn er zum Beispiel auf einen Button drückt, dann ist dieser Button logischerweise in der View drin, den muss er ja erstmal sehen. Aber wenn er drauf drückt, dann löst das eine Funktion im Controller aus. Und ja, wie wir hier sehen können, das ganze Ding ist nicht so hierarchisch, wie wir das bisher meistens hatten, hin und wieder zumindest bei den Architekturstilen, sondern es ist eher so ein Dreiecks-Dingens. Und zwar hier haben wir ein Model und wenn, naja, fangen wir anders an. Der User macht eine Eingabe. Diese Eingabe geht irgendwie in den Controller. Und der Controller manipuliert dann das Datenmodell. Das heißt, da verändert sich irgendwas. Zum Beispiel setze ein Flag auf True oder sowas. Also man hat irgendwas, was sich plötzlich hier drin verändert. Und durch dieses Verändern am Datenmodell wird ein Aktualisieren der View herbeigerufen. Also zum Beispiel zeigt da einen kleinen Haken. Wenn irgendwie jetzt zum Beispiel dieser Haken gesetzt wird. Das heißt, man klickt auf so ein leeres Schaltflächleteil, also man klickt da einfach drauf und dann soll da ein Haken erscheinen. Und ja, logischerweise dann im Hintergrund irgendwie verarbeitet werden. Dieses Verarbeiten passiert hier im Model. Aber dass es als Haken auch wirklich angezeigt wird, das gibt das Model dann der View wiederum mit. Und der User sieht dann natürlich, dass sich hier diese View irgendwie verändert hat und kann dann dementsprechend wieder mit dem Controller interagieren. Sprich, er kann wieder auf irgendwas draufklicken oder sowas, zum Beispiel auf Absenden. Und dann wird dieser Haken oder dieses Fleckchen da, wird nach hinten ins Modell wieder geschickt. Dort wird es verarbeitet und ja, dann wird wieder die View aktualisiert. Also zum Beispiel, wenn er auf Absenden drückt, dann geht das erstmal in den Controller. Dort wird eben dieses Absenden ausgelöst. Die Daten im Datenmodell hier hinten werden manipuliert. Und es werden irgendwelche komplizierten Berechnungen ausgeführt. Und er bekommt das nächste Fenster zu sehen, wo er vielleicht jetzt, keine Ahnung, sich einloggen muss oder sowas. Das wäre so Standardanwendung für Model View Controller. Und es ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Man muss nur beachten, dass man normalerweise eben View und Controller beides in der UI findet. Das heißt, wenn wir nochmal an unsere hierarchischen Architekturstile denken, View und Controller sind meistens beide im großen UI-Paket drin. Und dann kann man nach hinten zugreifen auf das Modell. Und das Modell wiederum aktualisiert die View. Genau. Okay, das ist eigentlich auch tatsächlich schon alles hier. Wir werden nachher oder in einem späteren Video noch ein wichtiges Pattern kennenlernen, dass genau dieses aktualisiert hier auch gut mitnehmen kann, sage ich jetzt mal. Und damit man das auch wirklich super umsetzen kann. Denn man möchte ja eigentlich nicht, dass das Modell nach oben zugreift, sondern man möchte nur von oben, also von der UI nach unten, in dem Fall habe ich es falsch modelliert irgendwie, zugreifen. Und man möchte irgendwie dieses Modell, das dann auf die View zugreift, das ist eigentlich oftmals nicht so gern gesehen. Bei Model View Controller wird es tatsächlich toleriert, aber man hat es trotzdem lieber, wenn hier das Modell irgendwie nur, naja, in sich was aufrufen muss und dann eben nicht mehr nach oben. Und dazu werden wir uns auch noch einen Pattern angucken, wenn wir in die, ja, richtigen Entwurfspattern tatsächlich reingehen. Das ist ja immer noch Architektur hier drüben, was wir hier haben und ja, relativ am Anfang, sage ich jetzt mal. Okay, das war es von meiner Seite erstmal. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.